Ihr Anruf wird gehalten. Okay, es wurde aufgelegt plötzlich. Ah ja. Interessant. Bestimmt da, wo nicht? Das ist Google bestimmt auf deiner Website. Die haben gerade deine IP-Adresse rausgefunden. Meine IP-Adresse? Deine IP! Was ist denn ein Haker? Ein Haker. Jetzt kannst du den Bot töten. Ja, mach ich auch. Wie heißt der Bot? Channelman. Oh Gott, warte. Gentlemanne. Oh, das ist ein bisschen. Mit Unterstrichen oder so ein Kram? Nein. So, ist er weg? Nein. Oh. Warum nicht? Gentlymanne oder Gentlymanne? Gentlymanne. Das ist sein, aber du musst doch wissen, wie die Bots heißen. Ne. Hä? Der will nicht weg. Haha. Der Einbott. Ja, das ist wahr. Warte einen Moment. Ich schaue dir. Also, warte. Nochmal. Ist er jetzt weg? Nein. Alter. Du kannst doch eingeben in die Konsole Botkick oder Kickbots. Ne, TF Botkick ist das. Ja, mach doch. Ja, mach ich ja die ganze Zeit, aber ich muss ja... Warum funktioniert das? Warte mal. Ich hab eine andere Idee. Kannst du eigentlich anderen Usern auch Rechte geben? Jetzt ist er weg. Jetzt. Kannst du auch eigentlich andere... Ja, kann ich. Oh, nice. Ja, ist ja mein Server. Wäre dumm, wenn ich das nicht können würde, oder? Wäre ja sein können, dass es die Futureland gibt. Doch. Ach du Fame-Wuche, ey. Das ist doch echt nicht mehr normal. Oh Gott. Spy hinter uns. Komm, hilf mir, bitte. Oh, ich bin tot. Wo bist du? Hinter dir war ich. Oh, ich sehe ihn. Aua. Es hat mich ein anderer Spy getötet. Was ist das auf deinem Gesicht? Es war der gleiche. Let me shut it. Ach so, okay. High-Fame-Hure. Ach man, warum gewinnst du immer? Weil du nur ein Auge hast. Du kannst natürlich gucken. Ach so, das wird's sein. Genau. Ne, ich hab mal eine Zeit lang versucht, diese ganzen Halloween-Gegenstände zusammenzukriegen. Hab ich auch. Achtung, ist es bei. Ich weiß. Der hatte die Scheinbetur. Achtung, ist es bei. Das ist kein Zweifel. Wer ist denn ein Haker? Ach, der hat ein Scheintot-Uhr. Ja, ich weiß. Scheiße. Was ist ein Haker denn, bitte? Oh Gott. Der schreibt gerne so. Hacker. Ah ja. Hacker. Boah, Fame-Hure. Hacker. Ich find... Hacker. Hexer. Ähm... Ich müsste mir, dass du jetzt noch irgendein dummes Wortspiel einfallen, ne? Aua. Wallhake. Nein, das hat er jetzt nicht geschrieben. Ach, nee. Ich spiele jetzt Pyro, ey. Können wir bitte aus dem Spawn rauskommen? Code-Mode. Ach, nee. Das ist ja... Code-Mode. Code-Mode. Soll ich mich mal so nennen? God-Mode? Ja. Und dann gibst du dir... God-Mode. Könnte ich machen. Naja, das ist ja... Oh, ich hab' einen gefehlt. Das wär' schon. Der fucking wreckt. Aaaaaaah. Ah, alter. Ah, alter. Was bringen die Kisten? Ah, die Kisten kann man auch immer öffnen, die komischen. Ja, da würd ich mal von ausgehen, dass man die Kisten öffnen kann, oder? Die kann man halt öffnen. Die man bekommt. Die Limited Late Summer Crate. Ich hab' keine Ahnung. Diese Crate ist spezial und kann sie noch öffnen werden. Diese Crate wird limitiert und wird nur von dieser Crate kommen. Einige, aber nicht alle, der Inhalte in dieser Crate sind strange. LOL. Das ist aber strange, ey, ja. Ich hab auch ne ganze Seite voll... Ähm, okay. Okay, ne halbe Seite voll, ähm, Items von Halloween. Ah. Let's divine... Ne, war mal das. Let's Halloween gesammelt. Hast du auch irgendwann doppelt? Äh, weiß ich nicht, muss ich das gucken. Oh, ne, nicht gut. Äh, muss ich kurz gucken. Schau dich. Wo ist denn meine Tauens? Wo hab ich den getrunken? Ach, hier. Ey, alter, dieser Murphy, der ist echt gut. Der ist echt gut. Hab ich grad gesagt, ne? Ne. Hast du nicht gesagt. Was hast du grad gesagt? Hab ich nicht zugehört. Der Murphy ist echt gut, ne? Echt? Ja. Was hast du gesagt? Ich hab nicht zugehört. Äh. Äh, ja, ich hab eins. Ah, das kann... Aber die Weihnachts... Äh, die kann man jetzt teilen. Die kann man nicht traden. Oh, das war nicht so gut gerade. Die sind nicht handelbar. Die Weihnachts-Items? Nein, die Halloween-Items. Ja, du hast grad Weihnachts-Items gesagt. Oh. Ja, Halloween, Weihnachten. Alles sehen schrecklich aus. Hast du was dagegen, wenn wir gleich eine Custom-Map kurz spielen? Ich hab nichts dagegen. Okay. Ich hab mir nichts dagegen. Dann machen wir das doch gleich. Ja. Was war das denn gerade? Das war geil. Ja, der Fackets-Scheiß-Eigenzeit. Ne, Neckets. Oder Meckets. MC Patch. Ha! Ich hab Murphy getötet. Ich hab voll wenig Waffen. Das fällt mir grad... Das seh ich grad so. Ich schieb mal die Lore. Hilfst du mir mal bitte? Okay. Halte aus, ich bin grad am Spawn. Okay. Mach schnell, bitte. Ich werd hier die ganze Zeit von Engineers abgeschossen. Oh, eine Sentry Gun beschießt mich. Egal. Oh, eine Sentry Gun beschießt mich. Egal. Kann es sein, dass ich mein Headset falsch gemacht habe? Nein, heute nicht. Echt nicht? Oh. Helf mir bitte. Ich komme. Schneller. Warte. Schneller. Aua, ich wurde getroffen von dir. Aua. Schneller, Fame-Hure. Ich bin doch schon die ganze Zeit da. Nein! Du bist doch gestorben. Ich bin doch gestorben. Du auch? Ja. Scheiße. Aber wir sind schon mal deutlich weitergekommen jetzt gerade. Oh. One-Shot. Ja. Ob dieses Halloween auch wieder mit den Zaubersprüchen was wird? Hast du überhaupt ne Ahnung davon gehabt? Nö. Seit wann Spiel zu Team Fortress 2? Ähm... Aktiv. Seit... Halbem Jahr? Okay, ja, dann kannst du das nicht wissen. Ich weiß, dass es diese Zaubersprüche gab. Ich habe... Es gibt ja immer noch Halloween-Server heute. Ja. Zaubersprüche kannst du auch immer machen, wenn Vollmond ist. Ja. Immer aktiv. Genauso wie die Items. Ey, komm! Kackpio, lass mich doch mal fort! Mann! Mopping! Donut-Pants! Geil! Du hast gerade von dem Pio... Ähm... Ich schreib dir mal, dass die alle auf YouTube sind. Der hat mein Pio... Ich schreib dir mal, dass die alle auf YouTube sind. Er hat mein Pio... Ich schreib dir mal, dass die alle auf YouTube sind. Das ist eine Zweitwaffe für einen Engineer, damit du die Sandvigan selber steuern kannst. Aha. Du zielst halt damit selber und schießt damit selber. Geil! Abhonnieren! Mission endet in 10 Sekunden! Favorisieren! 5, 4, 3, 2, 1... Nein! Boah, Alter, nein! War... Ah, Glückwunsch! Ich schreib dir mal, was 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 ich schreib dir mal. Vielen Dank.